So, willkommen zu meiner Bewechslung zum Resident Evil 8 Village Thriller, zu der Demo. Dann ziehen wir uns mal den Thriller rein in 4K. Und in den Fortschritten und in den Fortschritten. Ah, Mia. Es ist nur eine lokale Geschichte. Keine Ahnung zu sein. Oh, Mia. Klau, move! Klau, move. Chris? Sorry, Ethan. Take him away. Mö, du deine Alter auch, ich glaub's nicht. Klippst du's drauf? Mutter Miranda, ne? Kann jemand, bitte, erzählen mir, was in der Hölle ist passiert? Der Kreis ist voll von nichts, aber Blut und Death. Du sagst, du hattest mich, und du wünschst, dass ich mich finden würde. Ja, natürlich. Ich habe den Fortschritten. Wenn ich ihn finde, ich dich nicht verlassen werde. Aber, Baby. Ich liebe dich. Und ich denke, du verstehst du. Oho. Oho. Pack ihn ja richtig an. Oho. Oho. Resident Evil Village. Ja, und das war der Trailer zur Demo. Hab mir sehr gut gefallen. Soundtracker auch im Ordnung, muss ich sagen. Es dauert jetzt nur noch, glaub ich, so fünf, sechs Tage. Dann kommt das Game hier raus. Und ja. Ich denke mir, es kommt auch noch einen Launch-Trailer. Auf den werde ich auch nochmal reagieren. Und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Was auch immer. Ich mache bis dahin. Ciao.